Ach ja, Leute, ach ja, Leute. Wir gehen einfach weiter. Ja, wir haben eigentlich so viele Bomben, wir sprengen uns hier raus. Ich hab keinen Bock auf diesen Raum. Auf den Raum schon eher. Yeah! Dead. Hups. Stirb. Nein. Ja, ja, ja. Alle tot, alle tot, alle tot, alle tot. Oh, wie kannst du es wagen? Hier, nimm das. Nimm die ewige Flamme. Okay. Die wollen anscheinend sehr, sehr schnell sterben. Cool. Ja, Leute, wir sind jetzt schon bei Mom. Mom's heart, it lives. Und zack. Genau, wir machen mal einfach gut platziert das hier. Und killen, Mami. Jo, oh, 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 oh. Du bist ja so unbesiegbar, kleines Viech. Sterb, 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 sterb schneller. Ja, klar doch. Töt ihn. Töt ihn. Hä? Wie, wir können Mama dadurch Schaden machen? Ja. Habe ich nicht gewusst. Aber so nicht. Nur durch die... Oh, wie cool. Ich habe das nicht gewusst, dass man mit der Kerze, wenn man genau unter... Äh, einfach ihrem Ganzeit Schaden machen kann. Boah. Oh, jetzt spuckt sie schon. Systemfehler, Systemfehler, Error. Tilt, tilt, tilt. Mega tilt. Und tschüss. Ach komm, wir bringen dich schön um, Mama. Mit der Kerze. So, und jetzt müssen wir noch zu Satan. Aber der Part wirkt richtig kurz. Deswegen gehen wir runter. Oh mein Gott, Zermal-Gimini. Freigelassene Jiminis. Zack. Okay, gut, gut, gut. Schlecht platziert, schlecht platziert. Zack. Oh, das war schön platziert. Oh ja, schön gemacht, schön gemacht. Ach Leute, ich muss euch unbedingt sagen, ihr seid so geil. Ihr seid so awesome. Ohne euch hätte ich das niemals geschafft, so viele Abonnenten überhaupt zu bekommen. Ohne euch hätte ich es niemals geschafft, so viele Views zu bekommen. Und ohne euch hätte ich es niemals geschafft, so lange ein Let's Play zu machen oder, ja, irgendwie fröhlich aufzunehmen und mit Lust und Laune bei den meisten Let's Plays dabei sein. Nee, ohne das, ohne euch hätte ich das niemals geschafft. Ihr seid einfach nur awesome. Ihr Zuschauer seid geil. Ihr seid die Geilsten, ihr seid die Besten. Ja. Was will man mehr sagen? So ein Publikum wie euch. Jeder will ein Publikum haben und ich hab meinen, einen kleinen Teil, aber das reicht mir jetzt im Moment auch schon, um zu sagen. Dass ihr einfach nur geil seid. Manche sagen das erst bei 100 Abonnenten oder so oder... Ja, allgemein, ich sag ja nicht nur meine Abonnenten, nein, ich sag alle meine Zuschauer sind geil. Ah. Ja, ich könnte ja eigentlich hier stehen bleiben. Zack. Tod. Ihr seid einfach nur geil, Leute. Wer was anderes behauptet, der kriegt auf die Fresse von mir. Ja. Ihr seid toll. Und ich würde mich auch wirklich sehr, 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 sehr freuen zum Shop. Klar, wir sind jetzt... Oh, wir haben wenigstens ein Herz wieder. Ähm, was soll die gerade sagen? Ich weiß es nicht mal mehr. Boah. Ich bin so vergesslich. Wie tief. Ha, tot. Aber wir sind jetzt schon bei Satan, merke ich. Ha. Angorde. Und hier. Nein, nix. Schade. Äh. Die, 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 die. Wie kannst du's wagen? Fiesling. Mann. Nur Meter. Tschüss. Tsch, 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 tsch. Und auf zu Satan. Ja, Leute, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Genau. So schlecht bin ich ja nicht. Mal Sachen erinnern und vergessen und... Sonstiges. Ja, ja. Äh, äh. Ja, ja. Kein Problem. Stirbt einfach beide zusammen. Ha. Ich bin gut. Ich brauch das nicht. Hihihihi. Stirb. Bitte. Ja, ja, ja. Komm, stirb. Stirb. Wupp, wupp. Oh, das ist nice. Durch die Kerze krieg ich eigentlich kaum Schaden dann. Letztendlich. Letztendlich. Na komm. Stirb, Satan. You have to die. Stirb, kleiner Freund. Kleiner Freund, kleiner Feind. Genau, Leute, ähm. Es wäre wirklich nett von euch, wenn ihr mich weiterempfehlen würdet. Ähm. Natürlich immer wieder liken und... Ähm. Favo, was weiß ich alles. Oh, oh, oh. Full health, bitte. Ich werde jetzt gar gestorben. ETF. Beim Labern sterben. Wie geht das? Nimm Schaden, Satan. Ja, 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 ja. Ey, 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 ey. Au. Unstot. Stirb. Gut gemacht. Wir haben der Counterfight. Penny. Äh, coin. Ja. Damit haben wir die Challenge geschafft. Ja, nochmal, es wäre nett, wenn ihr mich weiterempfehlen würdet. Überall, wo es nur geht. Ähm. Favo, Like, Abo, alles mögliche hinterlasst. Damit ich natürlich noch mehr Zuschauer bekomme wie euch. Dass so geile Zuschauer sind, die so viele Parts sich von mir reinziehen. Und so lange es mit mir aushalten konnten. So lange meine Nerven der Stimme anhören konnten, ja. Ja, das, ach, das wäre einfach nur geil. Und ich freue mich auf den nächsten Run mit Isaac. Da ist ja leider nur, was heißt hier leider? Es ist nur ein normaler Run. Und wir fangen gleich mit Isaac an. Das wird cool. Und zwar mit dem Würfel. Das wird so genial. Ja, 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 ja. Ach, Leute, ach, Leute, ihr seid die Besten. Tschüss, euer PB-Style. Tschüss. 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 Tschüss.